1, 2, 3, 4 Scampi Spam Jazz Dance Ich lege los in 3, 2, 1 Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Scampi Spam Jazz Dance und wir starten mit einer großen Überraschung Kilian Schau mal, was ich anhabe Oh Matti trägt Merchandise, möchte ich fast sagen Ja, absolut Scampi's Merchandise, wir gehen bald in große Produktionsreihe Ich habe den Geschenk bekommen von ein paar Freunden und ich finde es richtig geil Matti trägt einen grauen Kapuzenpullover und vorne auf der Brust prangt in vollem Glanze das Logo unseres Podcasts Yes Und damit werden wir, glaube ich, groß jetzt Das wird unser Durchbruch, einfach weil mich Leute auf der Straße sehen und fragen, hä, das Logo das muss ich rausfinden und dann googeln sie das Ja Und googeln Scampo Scampo auf Pulli und da sind wir auf Google vertreten Zack, haben wir sie eingetütet Da bin ich mir sicher, dass das passieren wird Ja, vielleicht solltest du auf den Rücken noch einen QR-Code machen dass man uns bei Spotify auch findet Also, gut, schlecht gealtert die Beobachtung aber QR-Codes benutzt ja eigentlich sonst niemand, ne? Die ist sehr schlecht gealtert die Beobachtung, Kilian Ja, ja, gut Jeder benutzt QR-Codes Ja, ja, hast recht Okay, kommen wir direkt zu unserer Wie geht's dir? Ist das eine neue Kategorie? Wie geht's dir? Ich weiß nicht Ich wollte zu unserer ersten Kategorie überleiten Aber lass uns einfach mal Lass uns doch einfach mal darüber sprechen, wie es dir geht, Kilian Lass wir gemeinsam das mal besprechen, wie es mir geht Ja, das wäre mir ein großes Anliegen Ich habe ja in der letzten Woche im Podcast am Anfang gesagt Ich glaube, ich werde morgen krank aufwachen und hatte mich ja auch schon vorbereitet Ich habe übrigens nicht nur in Vorbereitung Kekse gegessen in der Annahme, dass das die nächsten Tage mir nicht schmecken wird sondern ich habe auch die Wohnung geputzt weil ich wusste, krank habe ich da keinen Bock drauf und dann bin ich wenigstens krank in einer sauberen Wohnung Also ich war richtig gut vorbereitet und natürlich ist die Prognose auch so eingetreten Ich war krank und jetzt geht's so langsam wieder besser Okay, ja, das war jetzt wahnsinnig uninteressant Ähm, apropos Du hast gefragt, da bist du auch einfach selbst schuld Also Manchmal, manchmal Die Sesamstraße hat ja uns gelehrt Wer nicht fragt, bleibt doof Manchmal bleibt man auch doof, wenn man fragt Ja, ja Ich wäre gerne doof geblieben Aber Thema Putzen, ne Ich habe an Staub einfach einen Haken dran gemacht Also ich hatte einfach nicht geputzt Also für mich interessiert Ich habe akzeptiert, dass Staub da ist So Und zack, mein Leben hat sich um 180 Grad verbessert Weil ich nicht alle zwei Wochen Staub wischen muss Ja Ich habe auch an Staub einen Haken dran gemacht Indem ich einfach einmal die Woche putze und dann ist Staub gar nicht so ein großes Problem Naja, aber also ich meine Wenn man so Gleichgültigkeit für viele Dinge hat Das ist der Schlüssel zum Glück Ja, du meinst, Freude ist nur ein Mangel an Informationen Wie Nico Semsrott mal gesagt hat Ja gut, der ist jetzt depressiv, ne Aber Okay, kommen wir zur ersten Kategorie Also du meinst, wenn man im Dreck wohnt Muss man einfach sich sagen Mein Gott, ist halt Dreck Aber was kann der schon Und dann lebt man einfach im Dreck weiter Ja Ja, also du musst das fühlen Nicht nur sagen Also ich lebe jetzt auch nicht im Dreck Ich habe nur ein Staub ein Haar gemacht Also Staub saugen Da beißt sich der Fuchs und Schwang jetzt Das heißt Staub saugen Den Staub lasse ich aus Aber alles andere sauge ich weg Mhm Wir verrennen uns dann irgendwas Ach komm, wir zur ersten Kategorie Ich habe viele Fragen Aber die sind für One-Liner Matti, ich möchte, dass du mal ein TED-Talk zu Wohnungsputzen machst Kategorie One-Liner Wie machst du das, wenn du jetzt Staub saugst Und du lässt den Staub aber liegen, oder wie? Nee, folgende Situation Ich habe Also man hat ja so Ich bin ja ein Deko-Mensch, ne? Ja Ich bin ja ein Mensch, der hat hier so Bärensteine liegen Alles etwas, was man Also was Staub anzieht Beziehungsweise wo man Mal hinterher wischen muss Wo man keinen Spaß dran hat Wenn man da wischen will Dann habe ich mir gesagt Wenn das jetzt einstaubt Dann staubt es halt ein Und Staub ist für mich nicht mehr ein Problem Also wie Luft atmen für mich kein Problem Schwieriges Beispiel Aber Weißt du? Es ist halt da Und das ist okay, dass es da ist Du, solange auch noch Luft da ist Ist es ja kein Problem So One-Liner Was haben wir heute mitgebracht Für die Menschen, Kilian? Matti hat Matti liest seine Nachrichten Bei Instagram, habe ich gelernt Und habe einen Screenshot von ihm bekommen Von einer Meldung aus den USA Nehme ich an Da wurde ein Mann verhaftet Weil er seinen Hund trainiert hat Menschen, die bei ihm klingeln Mit Ziegelsteinen zu bewerfen Also er hat so einen kleinen Kraftpakethund Und der nimmt so einen Ziegelstein in den Mund Und schmeißt damit auf Leute Die bei dem Mann klingeln wollen So, das wirkt jetzt erstmal ein bisschen kurios Ist es auch Aber der Hund war jetzt nicht am Boden Und konnte sehr gut mit dem Mund werfen Sondern der ist auf so eine Mauer geklettert Und hat von oben den Ziegelstein Auf die Leute draufgeworfen So, da wurde der Hund drauf trainiert Was ich erstmal ziemlich funny finde Was ist deine allererste Punchline dazu? Ja, ich habe überlegt Also der Mann ist ja jetzt verhaftet Und im Gefängnis Und kriegt ja auch dreimal am Tag Essen und so Und da ist ja jetzt die Frage Aber was ist denn mit dem Hund? Und ja, aber wir können uns Wir müssen uns keine Sorgen machen Der Hund ist auch versorgt Der bereitet sich jetzt mit dem schwarzen Block Auf den nächsten G20-Gipfel vor Schön im Schanzenviertel Mal gucken, wie weit man mit so einem Stein kommt Wenn da so ein Mercedes unten vorbeifährt Oder sowas Vielleicht auch einfach Dass man bei der nächsten Pegida-Demo In Dresden so ein paar So auf Journalisten dann die plumpsen lässt Die Steine Wird ja auch gerne mal gemacht Vielleicht kann der Hund auch da helfen Ich weiß nicht, wie er politisch gesinnt ist Müsste man ihn mal fragen Es wirkt halt wirklich so Ich habe einen ähnlichen Gag Das eröffnet ganz neue militärische Möglichkeiten Kampfhunde bewaffnet Und niemand mehr muss mehr in den Krieg Ja Sehr gut Ich habe dann als nächsten Gag auch geil Dass der Hund etwas schmeißt Und der Mensch es holen muss Es holen muss? Naja, normalerweise wirfst du einen Stock Und der Hund holt es Und der Stock Der Hund schmeißt den Stein Und er kann ja nicht da liegen bleiben Der Besitzer muss den wieder hoch Der muss den Stein apportieren Ich habe gut, dass er keinen Elefanten hatte Der hätte Dollar zugeschmissen So Oh Nehme ich die Backsteine Natürlichkeitstest gemacht Woraus kam Die sind andere Menschen sehr wichtig Ja, stimmt eigentlich gar nicht Also ich glaube, du würdest auch deinen Hund trainieren Das Problem ist nur Wenn du halt dann immer über deinen Balkon Sachen verlierst in andere Wohnungen Und die dir die zurückbringen Hast du auch direkt Eine Blutlache vor deiner Haustür Ja, das stimmt Ich würde Ich hätte gerne einen Hund Der Selbstständig die Wohnungstür öffnen kann Und wenn es klingelt Nicht rumbellt Wie nicht doof vor der Tür rumbellt Sondern dann tätig wird Und dann macht er eben Der macht da eben mal die Tür auf Und rennt mal runter Und guckt mal nach Und Dann müsste der aber noch so ein bisschen Empathie besitzen Dass er, wenn jetzt da Weiß ich nicht Eine ihren Löffel von meinem Balkon wieder haben möchte Dass er dann da einfach sagt Ja, nun komm mit hoch Und wenn das jemand von einer Bundespolitisch tätigen Partei ist Die einen Flyer abgeben will Dass er dann Ja, jagt Da wäre dir auch die Partei egal Ja Schön Laschet vor der Tür liegen haben Herrlich Das finde ich ja so geil, ne? Politiker Sind ja auch Häufig komische Menschen, ne? Ja Ja Immer Eigentlich Ja Ja Und vor so einer Wahl Müssen sie dann plötzlich Mit den Leuten sprechen Und so auf so Wochenmärkten rumpimmeln Und so ganz viele Hände Und bei Leuten klingeln Und sowas So Einzelne Menschen Von sich überzeugen So absurd Eine Bockwurst beim Modellbahnverein Essen und so ein Kram Und ich finde aber Das einfach Bemerkenswert Dass man als Mensch so veranlagt ist Also es steht die Frage im Raum Wer könnte dieses Land regieren? Wem könnte man diese immens große Verantwortung zutrauen? Und dann gibt es drei Menschen, die sagen Ich Ich würde das machen Ich sehe mich Ich bin genau qualifiziert dafür Ich bin genau die richtige Person Um dieses komplette Land einfach Zu regieren Und Also gut Natürlich gibt es noch Parlament und so Aber trotzdem Das ist ja eine wahnsinnige Verantwortung Und ich glaube Das ist eine Hybris Die Jetzt Nicht erstmal Grundsätzlich sympathisch macht Aber ich traue mir das auch zu Das war mir klar Also Ich Ich sag mal so Ich glaube Ich würde gute Entscheidungen treffen Ja Ich hätte nur nicht so die Ahnung Traust dich nicht Die Tagesthemen zu gucken Aber Aber das Land regieren Du kein Problem Du gar kein Thema Kilian Ich muss deine Expertise jetzt abgreifen Ja Du bist ja Experte in vielen Bereichen Ja Also in erster Linie Eidechsen Da kenne ich mich wahnsinnig gut aus Frauenfußball Eidechsen? Ja Eidechsen Frauenfußball Und Das war es eigentlich Das sind meine beiden großen Gebiete Ich weiß jetzt nicht Ob deine Frage da reinfällt In eines der beiden Gebiete Äh Ne Das nächste Mal bringe ich eine Eidechsenfrage mit Ähm Leider nicht Aber Thema Kindergarten Oh Ich weiß Da bist du noch Newbie Würden wir sagen In Deutschland Ja Ich hätte darüber nachgedacht Dass ich im Kindergarten ja selber auch mal war Und wir sehr sehr viel gebastelt haben Ja Und ich hab Basteln gehasst Ja Ich fand's Ich fand's richtig scheiße Dass ich basteln musste Das war überhaupt nicht meins Und dann hab ich jetzt neulich in der Bahn jemanden gesehen Der sich so eine Zigarette selbst gedreht hat Ja So Und Ich hab mich immer gefragt als Kind Warum muss ich basteln lernen Und jetzt weiß ich's Ja Die einzigen Menschen Die basteln spät noch brauchen Sind Leute die Rauchen wollen Und oder kiffen wollen Ja Das heißt es doch Was würdest du dazu sagen Wir bereiten unsere Kinder Eine ganze Generation Dem ist meine große Hoffnung Vergessen zu werden Weißt du wann das auch ist Ja Wann denn Wenn man abends mit seiner Familie als Kind Fernsehen geguckt hat Wetten das Man guckt so bis 22 Uhr Man weiß Okay demnächst muss ich ins Bett Dann hat man quasi nicht mehr geatmet Damit ihr einen vergessen Ich bin gar nicht hier Das war so ein bisschen das Was ich ausstrahlen wollte Ja Total Und das hat natürlich nicht geklappt Weil die haben natürlich eine Liste mit allen Namen Und checken das ja schon Wer da schon was gemacht hat Und wer noch nicht Und Ja Deshalb kann ich aber auch nicht gut Skirretten drehen Muss ich sagen Ich bin auch absolut unfähig dazu Und ich bin auch sehr froh Aber muss man Sind dann auch die besten Bastler in der Kindheit Die besten Raucher Nee Es sind die ärmsten Raucher Weil die selbst drehen müssen Aber die besten Die drehen ja nicht selbst Also ich hab Ich hab jetzt gerade erst Once upon a time in Hollywood geguckt Den Film von Quentin Tarantino Wo enorm viel Enorm cool geraucht wird Und Du rauchst nicht cool Oder gut Wenn du eine selbst gedrehte Zigarette rauchst Oder die selbst drehst Also das ist schon Ich find auch immer Erwartungen und Ergebnis klaffen auseinander Also wenn da selbst gedreht wird Dann erwarte ich mindestens Einen kleinen Johnny Eine Sportzigarette Wie wir jungen Leute sagen Und Wenn das dann eine normale Zigarette ist Dann untertrifft das einfach meine Erwartungen An den Prozess Ein Johnny ist ein Joint, oder? Okay Also das ist wirklich Also deine Street Credibility ist ja Minus Minus, ja Ist im Minusbereich Auf jeden Fall Aber das sieht auch jeder Deshalb werde ich nie zusammengeschlagen Weil jeder weiß Das ist kein Opfer Ja Das ist Das ist Der findet gar nicht statt In dieser Welt Im Prinzip Denkt man immer Wenn du unterwegs bist Dass du gerade auf dem Weg bist Zu einem Abiball Oh Und dann fragt man sich so Im November Wo ist denn jetzt ein Abiball? Aber Naja Wer wird schon wissen Wo er hin muss? Apropos Quentin Tarantino Hast du gesagt, ne? Ja Also ich find Rauchen Nie cool tatsächlich Also ich find das absolut Bei allen Menschen Echt unsympathisch Aber Ich hab jetzt zum allerersten Mal Inception geguckt Kennst du den Film? Nur von gehört Ah Ich hab gedacht Das wär so ein Film Den jeder gesehen hat Nur ich nicht Ja, ist es auch Aber ich kenn auch nicht viele Filme Wir müssen auch gleich nochmal Über Filme reden Über Filme gucken Aber was hast du denn zu Inception? Genau Und ist Normalerweise ist ein Film ja so Du siehst die Handlung Ich hab jetzt zum Beispiel heute Spider-Man geguckt Und du weißt von Anfang an Wer ist der Böse? Was wird da passieren? Ach echt? Weißt du das? Ja Das war relativ schnell Erschaubar Und bei Inception Ist es überhaupt nicht so Du kommst in diesen Film Und du verstehst nichts Gar nichts Und ich hab den zum Glück Mit zwei Freunden geguckt Und einer davon hatte Den schon mal gesehen Das heißt wir haben uns Das hergeleitet Zusammen Und zwischendurch Immer mal Pause gemacht Aber wenn man den alleine guckt Man ist so unfassbar lost Und ich glaube man muss den Erstmal dreimal gucken Um den überhaupt zu verstehen Und da frage ich mich Natürlich irgendwie Auf eine Art Meisterwerk Aber irgendwie auch Nicht Weil du verlierst ja ganz viele Du hängst ja ganz viele ab Ich hab darüber viel nachgedacht Nicht viel nachgedacht Mir fiel es nur auf Denn ich habe Ich habe Mir vorgenommen Ich müsste mal mehr Filme gucken Weil ich ganz wenige Filme Nur geguckt habe Und deshalb hab ich zum Beispiel Once Upon a Time in Hollywood geguckt Und gestern hab ich Red Sparrow geguckt Mit Jennifer Lawrence Und Ich habe Das Gefühl Ich Man kann das trainieren Das Filme gucken Dadurch dass ich so wenig Filme gucke Ich weiß nie Was da los ist Und Wer da jetzt Irgendwie böse ist Und wer gut Das kriege ich manchmal noch hin Aber Warum jetzt was passiert Und so Also sagen wir so Wenn ich einen Film geguckt habe In 80% der Fälle Mach ich danach Die Wikipedia Seite Von dem Film auf Und lese mir die Handlung Nochmal durch Und denke dann Ach das war da Das ist da passiert Ach guck mal Ah jetzt ergibt es Sinn Once Upon a Time in Hollywood Das ist irgendwie Wenn man den anguckt Das Flair ist total nett So die 60er Jahre Und es wird viel geraucht Und die Klamotten Und die Autos Und so sieht alles toll aus Und auf den ersten Blick Gibt der Film gar nicht mehr her Am Ende wird aber Die Die Manson Family Geschichte erzählt Auf eine Art Mit einem alternativen Ende Nämlich quasi mit dem Happy End Statt dem Wie es in Wirklichkeit ausgegangen ist Zumindest in diesem einen Mordfall Und das Da musst du mich mal abholen Du musst mich mal abholen Manson Family Hab ich noch nie gehört Ach okay Mord Manson Family ist so eine Art Sekte gewesen Von Charles Manson Der Die haben einfach Ich glaube in Los Angeles Ich hab's hinterher gegoogelt Ich meine sieben oder acht Morde Dafür sind die verantwortlich Die haben auf so einem Auf so einem alten Auf so einem alten Ranch gewohnt Und der Charles Manson Der hat selbst nie gemordet Er hat aber eben da Diese Sekte angeführt Und die Leute dazu gebracht Dass sie morden Und die haben in dem Fall Eine schwangere Schauspielerin Umgebracht Die eben in Los Angeles wohnt Und in so einem In dem Villen Führt er da irgendwie in den Hills Und Dieser Mord ist eben In dem Film nicht Stattgefunden Hat da nicht stattgefunden Ich möchte jetzt nicht verraten Wie es ausgeht Man kann es bei Netflix gucken Und Diese ganze Diese ganze Backstory dazu Und was Es geht auch um Um die Western-Film-Szene Und um Spaghetti-Western Die Also die italienischen Western-Filme Und so Das hab ich alles erst verstanden Als ich hinterher den Wikipedia-Artikel durchgelesen habe Genauso war es bei Red Sparrow Ein Spionage-Film Jennifer Lawrence Wird als Ist Agentin Für Russland Und dann Doppel-Agentin Und so Und warum sie was macht Und am Ende löst sich alles auf Und sie ist die Kluge Und ich denk Was hast du gemacht Warum Wie Und dann hab ich den Auch da Wikipedia Ja nochmal genau die Handlung Von dem was ich gerade gesehen habe Durchgelesen Ah und dann hab ich's verstanden Und es gibt Filme Bei denen reicht nicht mal das Also Birdman zum Beispiel Hab ich geguckt Und Da hab ich nicht mal Als ich die Handlung Durchgelesen habe Verstanden worum es ging Ja und Inception ist dann auch noch so Du kannst das interpretieren Du kannst dann auch noch die Handlung Interpretieren Aber da geht's so um Traumwelten Und so Und dann weiß man Also der Zuschauer weiß auch gar nicht So richtig in welcher Welt Man jetzt gerade genau ist Und so Also zumindest nicht immer Und ich bin dann auch völlig los Und für dich vielleicht Auch zeitsparens mäßig gesehen Ähm Liest du einfach nur die Wikipedia Normalerweise Würde ich das auch machen Aber ich hab jetzt schon So ein bisschen den Anspruch Mal den einen oder anderen Film Dann doch geguckt zu haben Weil ich glänze immer mit so Halbwissen Und wenn dann zweimal nachgefragt wird Dann muss ich schnell das Thema wechseln Und jetzt will ich dann wenigstens mal Zwei, drei Sachen gesehen haben Okay Weil du ein Popkultureller bist Ja normalerweise Also ich kann ja mal mein Geheimnis hier offenbaren Ähm Ich höre regelmäßig den Podcast Streeter, Bender, Streberg Gary Streberg, Hennes Bender und Thorsten Streeter Reden zusammen über Filme und Serien Und ich guck diese ganzen Sachen nie Über die sie da sprechen Ich sauge nur auf Welche Namen sind es Was, wo Und dann weiß ich Ähm Okay Lost hat ein scheiß Ende Die Serie Und irgendwie die Avengers Sind mehrere SuperheldInnen Und ähm Dann weiß ich irgendwie Game of Thrones Äh Die Hauptperson Tötet Ist immer tot Und es geht um diesen Thron und so Und dann weiß man Weiß man so ungefähr etwas Und das reicht dann um sich Durch so eine Konversation zu hangeln Aber mehr oder nicht Und die Filme selbst Hab ich dann nie gesehen Oder die Serien Stell dir mal vor Niemand guckt die Filme Und alle hören nur diesen Podcast Das wäre geil Und alle tun so Und alle haben so die gleiche Meinung Ja ja Ich mach das bei Fußball Ich fake mich durch so Gespräche Durch bei Fußball So ja ja der Ronaldo Ja ja der ist jetzt auch Deutlich einfacher Deutlich einfacher Weil immer die gleichen Charaktere Also nicht immer Aber sie wechseln relativ selten Ja du musst jetzt Haarland Haarland musst du auf dem Schirm haben Das wird ein Großer Genau Das wird ein Großer Und dann Bei welcher Mannschaft spielt er? Dortmund So Guck mal und das reicht ja schon Ja absolut Und vor allen Dingen WM Und so Da kenne ich so auch die guten Spiele So ein, zwei gute Spieler Von jedem Verein Du kannst immer sagen Ja ja der Hazard Der Eden Hazard Der hat Der hat nicht so eine starke Phase gerade Ne Und dann nicken alle Und Was auch immer Was auch immer geht Marco Reus ist ja gerade verletzt Leider Das kann man auch immer sagen Stimmt Das kann man wirklich immer sagen Und ich glaube Ich glaube das ist nicht nur bei uns Ich glaube So 90% aller Gespräche Faken alle einfach nur Ja Faken alle einfach nur so Ihr Halbwissen Ja Das stimmt Ist es vielleicht auch das Was man in der Schule lernt Sein Halbwissen faken Ist es vielleicht das Was wir mitnehmen Fake it till you make it Also wir standen vorne Bei Referaten Und hatten uns die Wikipedia-Seite Ausgedruckt Und haben gedacht Mal gucken was sehr relevant ist Und was nicht Aber das haben wir Also haben wir überlegt Als wir vorne standen schon Also so ist es bei mir Zumindest oft gewesen Und Das ist ja letztendlich Die große Kunst Das dann hinzukriegen Ohne dass man jetzt Sofort merkt Ach da hat sich jemand Gar keine Gedanken gemacht In der Schulzeit hat das Meistens nicht geklappt Aber ich glaube Je älter man wird Mit ein bisschen mehr Erfahrung Kriegt man das dann hin Ja apropos Fake it till you make it Ähm ich hab Ich hab War in einer verzwickten Situation Jetzt Mhm Es war wirklich In einem sozialen Raum Wo jeder Für sich selber kämpft Und wo es eigentlich Kannibalismus existiert Warst du in Rotenburg? Thema Thema Fahrstuhl Achso Weißt du? Ja kenn ich Hab ich schon mal gehört Fahrstuhl ja Da ist ja für alle Die Situation unangenehm Wenn du Blickkontakt Mit jemandem auf Nimmst Denken alle Oh du bist der komische Wenn du zu laut atmest Denken alle Du bist der komische Ja So Und ich steig ein In den Fahrstuhl Und drück das falsche Stockwerk Uh peinlich Ja Ja In jeder Also Wenn man alles durchspielt Egal welche Situation Man durchspielt Alles ist unangenehm So Du drückst ein anderes Stockwerk Auch noch Da wo du wirklich hin musst Fährst du zu dem Stockwerk Was du falsch gedrückt hast Die Türen gehen auf Niemand steigt aus Alle schauen sich so verwundert an Alle wissen Ihnen wurden gerade Wertvolle Zeit geklaut Ihre wertvolle Lebenszeit Die Uhr tickt Man wird jede Sekunde Eine Sekunde älter So Und du stehst da Die Türen schließen sich Und alle wissen Du hast dich verklickt So wenn du ein zweites Mal klickst Weiß man auch Warum will der auf zwei Stockwerke So Deshalb habe ich mich nicht Auf den zweiten Knopf gedrückt Sondern bin dann Im falschen Stockwerk Ausgestiegen Ja wäre auch meine Lösung gewesen Und dann Treppen laufen So Genau Und dann Treppen laufen Das Problem war Es hatte noch eine andere Person Bei meinem Stockwerk geklickt Ah Und dann bin ich halt Die Treppen zu diesem Stockwerk gelaufen Und habe so Durch die Flurtür Durchgelugt Ob da die andere Person ist Nicht dass sie sieht Dass ich mich im Stockwerk Verklickt habe Und sieht Dass ich das jetzt hochgelaufen bin Und sich wundert Warum bin ich jetzt Den einen Teil per Fahrstuhl gefahren Und den anderen Teil per Treppe Ja Wäre aber trotzdem Auch meine Lösung gewesen Und dann Entweder Vorgehen Und nach unten gucken Oder die andere Person Einmal kurz passieren lassen Und Einfach so tun Als Als würde man sich nicht erkennen Also ich habe jetzt Diese Woche Mehrere Situationen gehabt Wo ich Unterwegs war Und Menschen getroffen hatte Also gesehen habe Die ich Entfernter kenne Und Da ist meine Situation Bekannte Ja Bekannte Genau Und dann Kapuze auf Nach unten gucken Und Im Zweifel Die andere Person Entscheiden lassen Spricht man mich an Oder nicht Ach so Ah So Man kennt sich Aber man kennt sich nicht so richtig Genau Und im Fahrstuhl ist wirklich Es gibt eine Also es gibt ja den Fahrstuhl an sich Der ja schon sozial schwierig ist Und es gibt aber die Stufe obendrauf Das ist der Fahrstuhl Der sich zu beiden Seiten öffnen kann Uh Weil du dann vor der Tür stehst Und du weißt nicht Wo die aufgeht Also wenn der Fahrstuhl eine Tür hat Da gehst du rein Und drehst dich mit dem Kopf zur Tür Wie bei Wie im Stromberg Intro Und alle gucken in diese Richtung Und dann steigt man in diese Richtung auch wieder aus Bei einem Fahrstuhl der zwei Türen hat Weißt du nie Es ist die große Überraschung Welche Tür geht auf Wenn du im Stockwerk ankommst Muss ich eventuell Durch alle Menschen nochmal durch Zu der Tür Und du hast diese Blick Situation auch Weil dann eben die einen gucken Auf die eine Tür Die anderen gucken auf die andere Tür Und dann guckt man sich Im Zweifel vielleicht irgendwie komisch an Oder es sieht zumindest Zumindest komisch aus Es ist irgendwie so Es ist unkoordiniert Oder manche stehen so Dass sie beide Türen im Blick haben Und dann entstehen Blickkontakte Die man nicht haben möchte Ja und dann sind die scheiß Dinger Auch noch mit Spiegeln ausgestattet Das heißt es wird nochmal verdoppelt Blickkontakte werden nochmal verdoppelt Ja So und dieses Zwei-Türen-Dilemma Ist einfach hier in den Straßenbahnen In Hannover auch gegeben Achso du meinst du fährst Straßenbahn Und du weißt nicht Auf welcher Seite geht die Tür auf Genau ich hatte das mal in Hamburg Da bin ich diese Hochbahn gefahren Da gibt es sogar drei Ebenen in Hamburg Irgendwie Underground S-Bahn Und irgendwie diese Hochbahn Und ich war in der Hochbahn Und hatte Musik gehört Und stell mich halt vor so eine Tür Weil ich weiß okay Da muss ich jetzt demnächst raus Der Song war gut Die Zeit vergeht irgendwie Irgendwie habe ich auch nicht gemerkt Dass die Bahn langsamer wird Stehen bleibt Und ich stehe so vor dieser Tür Und wundere mich so Warum geht die nicht auf Und in dem Moment wo ich merke Ach ich stehe falsch rum Schließen die Türen wieder Und wir fahren weiter Oh ja Ich habe mich auch gefühlt wie der Dulli Und das ist ja hier in den Straßenbahnen Auch in Hannover So also da weißt du Ich mittlerweile weiß das Und da bin ich Experte Und bewege mich wirklich Flawless durch diesen Straßenbahnraum Und dann beobachte ich die anderen gerne So weil sie nicht wissen Plötzlich sind sie angelehnt An die Tür die aufgeht Und so Absolutes Highlight In meinem Leben Ja ich kenne mich da überhaupt nicht aus Weil ich hier nur Fahrrad fahre Und nie Straßenbahn oder Bus oder so Oder ganz selten nur Aber ich kenne das aus dem Zug Der nach Hannover fährt Der hat die tolle Funktion Dass auf Pfeilen an der Wo die Haltestelle angezeigt wird Der nächste Bahnhof Wird auf Pfeilen angezeigt Auf welche Seite der Ausstieg ist Und dann ist es toll Dass es immer noch Leute gibt Die es dann trotzdem noch nicht gecheckt haben Und das finde ich faszinierend Wie das passieren kann Ja und zu diesen Zu diesen Leuten Die man trifft So lose kennt Und man weiß nicht Ob man sich grüßt Ich bin da konsequent Ich grüße die Ich grüße die konsequent Und habe da auch Freude dran Aber ich kenne das auch Wenn man Wenn man sitzt oder so Oder wenn man nicht so nah aneinander ist Und man nicht weiß Also es gibt ja so eine Grüßdistanz Ja Also ich sag mal 20 Meter ist Grüßdistanz Da wird so mal die Hand hochgehoben So zwei Finger vielleicht Da werden so zwei Finger hochgehoben Und gesagt Hey So zehn Meter Da spricht man sich schon an Und geht schon ein paar Schritte aufeinander zu Zwei Meter Umarmung Oh Nicht mit jedem Aber jetzt Jetzt möchte ich ein Deep Dive hier machen Und dieses Thema Das beschäftigt mich Denn ich bin dann immer Die Person die sagt Nope Ich kann das nicht Ich weiß nicht Geht man jetzt aufeinander zu Macht man Smalltalk Grüßt man sich nur Wie verhält man sich in dieser Situation Man möchte nicht Dass die eine Person versucht Ein Smalltalk anzufangen Und man selber ist schon weitergegangen Man möchte das nicht andersrum Ja Das ist alles unangenehm Und die Königsdisziplin des unangenehmen Seins ist es Du weißt vor dir In die gleiche Richtung geht eine Person, die du kennst Und du gehst dahinter und bist aber schneller Ah, dann tippst du auf die Schulter Klassischer Tipper Ne Also das ist Dafür gehst du ganz anders um mit der Situation Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe das diese Woche gehabt Und bin Okay Es war an einer Straße Und ich bin auf dem Hab gesehen da vorne Ah, die kenne ich Und dann bin ich über die Straße gegangen Auf die andere Straßenseite In einen Hinterhof rein Wo ich an der Parallelstraße wieder rauskomme Und bin also einmal komplett durch den Hinterhof gegangen Und auf der Parallelstraße wieder rausgekommen Um dann einfach zu flüchten Also ich habe richtig Ich habe richtig Also du bist zum Agent Du bist zum Geheimagenten Du kennst dann Schleichwege, die andere nicht kennen Und nutzt sie dann auch Kriegst durch Kanalisation Genau Einfach nur, um Leuten aus dem Weg zu gehen Ja Das ist schon ziemlich gestört Ich habe zudem Weil wenn man so den Kopf runternimmt im Supermarkt Und nicht grüßt Finde ich Wirkt das sich auf die sozialen Beziehungen aus Wenn man sich dann im beruflichen Alltag Oder wo auch immer wieder trifft Ne Findest du nicht? Du musst es Dann kannst du es nicht gut Du musst es rechtzeitig machen Ich glaube, ich entdecke immer relativ schnell Wenn Bekannte irgendwo rumlaufen Und dann Und dann Versteckst du dich schnell Aber wenn sie dich sehen Bist du trotzdem, dass du weg Weg gehst Weg Also wenn ich jetzt angesprochen werde Dann renne ich nicht Also so ist es nicht Gilean, ich sehe dich Ciao, ihr Luschen Sondern meine große Hoffnung ist Dass die das gar nicht erst checken Dass ich da bin Und ich sozusagen präventiv handele Indem ich mir die Kapuze aufsetze Und nach unten gucke Und die dann Gar nicht erst wissen Dass wir uns getroffen haben Und dann muss das auch später nie angesprochen werden Weil das weiß ja niemand Kennst du diese Filme Wo so irgendwer gut ist Also der Protagonist Und dann wird der erkannt Oder irgendwie für eine Straftat abhängig gemacht Er war es aber gar nicht Und dann rasiert sich die Hauptperson den Kopf Oder färbt sich die Haare Setzt sich eine Perücke auf Oder eine Brille Das bist du Wenn Leute dich grüßen wollen Ja Auf einer Skala von 1 bis 10 Ab welchem Freundschaftsgrad grüßst du? Ich würde sagen 8 8 8 bis 9 Würdest du mich Also würdest du mich grüßen? Wenn wir jetzt Also wenn es sich nicht vermeiden lässt Ja Wenn du jetzt in einem Rewe City stehst Bei der Milch An der Kasse Und ich stehe noch vorne bei den Broten Und da stehe ich Ich sehe da stehst du Dann würde ich nicht zu dir gehen Bin ich ganz ehrlich Ich würde es nicht machen Nein Ach krass Aber ich weiß was Ich bin ja sehr sehr groß Ich sehe alles Ich sehe auch Wenn andere Personen sich vor mir wegducken Und ich bin dann nämlich der Anti-Agent Der dann hinter Über die Brote auch slidet Und dich so an der Schulter packt Und sagt Hey Kilian Schön dich zu sehen Bist du auch einkaufen? Ich bin ja König im Smalltalk Ja Ja Ich glaube auch wirklich Bei jedem Smalltalk Gefahr Irgendwie so offensichtliche Sachen zu sagen Sowas wie im Flugzeug Fliegt ihr auch nach Paris? Nö, nö Wir wollten auf der Mitte abspringen Oder dieses Ist ganz schön warm heute Wo ich auch denke Nee Also ja Es ist warm Ja Aber was Also das muss man jetzt nicht nochmal sagen Ja da müsste man vielleicht einführen Dass man einfach sagt Schwitzt ja auch ganz schön Nech Und dann ist es sowieso unangenehm Dann ist es für beide unangenehm Der Smalltalk Das macht es besser? Ja Ja Besser beides unangenehm Als nur einer Also ich bin da wirklich Die Taktik ausweichen Ich bin wie Pac-Man Und versuche den möglichen Begegnungen Aus dem Weg zu gehen Und dann andere Wege einzuschlagen Und dann dachtest du Braunschweig ist ein guter Ort Wo man jetzt Wo Also es ist ja relativ klein So klein ist es gar nicht Wie du es machst Auf dem Dorf kennt man sich ja eh Und Ja eigentlich kennst du doch auch Die Kassierer mit dem Namen Also ich wohne auf der anderen Seite der Stadt Als die Als die Kita ist Mit Absicht Damit ich Damit ich da Damit du dich nicht grüßen musst In meinem Penny ist da niemand von denen Du nimmst wirklich Eine halbe Stunde Anfahrt Zur Arbeit in Kauf Nur um niemanden grüßen zu müssen Naja einmal durch die Stadt Ist in Braunschweig eine Viertelstunde mit dem Rad Also das ist jetzt okay Ja habe ich mir gedacht Habe ich mir gedacht Dass das nicht mehr ist Aber ich habe zum Beispiel Eine längere Zeit Ich glaube es war Am Ende fast ein Ungefähr ein halbes Jahr Habe ich in einer Schulkindbetreuung gearbeitet In einer Dorfgrundschule In einem Vorort von Braunschweig Und Dann kennt man da natürlich Fast jedes Kind Und Das führt dazu Dass ich wirklich Also mittlerweile geht es Ich war länger Habe da länger nicht mehr Gearbeitet Weil ich damals So eine Honorarkraft war Vor der Ausbildungszeit Und in der Ausbildungszeit Das ist ja jetzt Vorbei Und mein letztes Engagement Da ist auch schon länger her Mittlerweile würde ich mich Wieder durch das Dorf trauen Aber es hat wirklich dazu geführt Dass immer wenn ich da war Wurde ich erkannt Von Kindern Und das ist natürlich dann Auf ein neues Oh Stimmt wahrscheinlich Es gibt doch den Spruch Wenn du da oben das Dachfenster Wo Musik Müssen alle Mädels Passiert aber in Dänemark In so komischen Mittelalter Das finde ich gut Bierdosen An die Hände getapet So dass man die nicht mehr Einen Stand gehabt Vor dem Braunschweiger Schloss Und da war so ein kleines Zelt aufgebaut So ein Partyzelt Und da drunter war ein Typ Mit Gitarre Und der hat irgendwelche Linken Lieder gesungen Und der hat immer so Das fand ich das traurig Der hat immer so getan Als hätte er Publikum vor sich Und hat dann auch Zwischen den Liedern Ansagen gemacht Und es stand aber niemand da Es waren nur Leute Die da halt über die Ampel gegangen sind Aber die ihn auch Überhaupt nicht beachtet haben Und sich weiter unterhalten haben Und der hat einfach so ins Nichts Seine Lieder getrellert Und da habe ich wirklich gedacht Dann muss man doch Einfach mal anders ansetzen Politisch vielleicht Wenn das jetzt das Ergebnis Der MLPD im Wahlkampf ist Und hat es funktioniert Kehrt der Kommunismus wieder ein Also in dem Fall hat wirklich Dadurch dass es ja wirklich Vor einem Einkaufszentrum war Eindeutig der Kapitalismus gewonnen Die Leute sind mit ihren Einkaufszüten An dem Stand vorbeigegangen Und haben freudig Den nächsten Laden aufgesucht Um dort wieder Geld auszugeben Für Dinge die sie wahrscheinlich Nur bedingt brauchen Und er hat da Seine Seine kommunistischen Lieder Getrellert ins Nichts Also da hat wirklich Der Kapitalismus gewonnen Ich muss sagen Gutes Marketing Von der Partei der Grünen Die haben Sonnenblumen verteilt Dich mal scheiß Flyer Einfach eine Sonnenblume Finde ich gut Kannst dir hinstellen Das ist doch auch deren Logo Also ist ja jetzt nichts Die SPD verteilt seit 100 Jahren Schon rote Rosen Aber das ist ja nicht deren Logo Naja rot Aber ist ja schon deren Logo Und AfD verteilt Feigelchen Aber nicht die Blume Sondern blaue Augen So nämlich So So nämlich Boah das war ein Politik Unten Farben Gag Jetzt ist aber hier Ha Meine Herren Kilian es schließt sich ein Ein Faden Ein großer Erzählfaden Dieses Podcast Eine große Ära geht zu Ende Zu Ende Ja sie geht zu Ende Das Buch des Lebens Hat es geschrieben Wir haben lange drauf gewartet Ich habe das Guinness World Record Buch Endlich erhalten Oh Für Leute die Folge 2 Nicht gehört haben Also Maggi hat Vor ungefähr einem Dreivierteljahr Oder so eine Das ist gar nicht mal Gar nicht mal übertrieben Es könnte wirklich ein Dreivierteljahr sein Hat Martin das Guinness Buch der Rekorde bestellt Und es kam nie an bei ihm Und er hatte die Vermutung Irgendjemand in seinem großen Studentenwohnheim Studentinnenwohnheim Hat sich das unter die Finger Wie sagt man Gerissen Genagelt Genagelt So was Ja Und wie ist es wieder aufgetaucht Woher kommt es War Jan Josef Liefers In der Rolle als Inspektor Börne Daran beteiligt Ich würde tatsächlich gerne Das nochmal verfilmen Weil ich weiß Tatort Hannover Ich habe keine Ahnung Wie ein Buch Ein Dreivierteljahr Später dann Das Paket war auch noch War noch eingepackt Ach so Irgendwer hat wirklich ein Dreivierteljahr Dieses Paket bei sich liegen gehabt Hat dann irgendwann gedacht Ach das ist ja gar nicht für mich Aber wieso sagst du so Irgendwer Also weißt du nicht mal wer Es wurde an die Hausleitung gegeben Und die hat es dann an mich gegeben Dann hätte man nicht unten Einfach auch klingeln können Ja Ach du meinst Die Person hat das selber bei mir Ja aber nach einem Dreivierteljahr Weiß ich auch nicht Ob man dann Also Aber das hätte man ja auch Nach einer Woche schon machen können Das hätte man nach einer Woche Das wäre tatsächlich möglich gewesen Ähm Ich kann aber auch verstehen Warum die Person Das wieder abgetreten hat Dieses Buch Weil es ist sehr traurig Ich finde es ja Es ist die perfekte Klolektüre Und dann liest man irgendwie Wofür die Leute Ihr Leben Eingesetzt haben Wofür sie jahrelang trainieren Für irgendeinen Weltrekord Die meisten Den meisten Senf In 30 Sekunden gegessen Kilian Wie viel ist das? Wie viel Senf hat die Person gegessen In 30 Sekunden? Ein Liter Boah Dann kannst du den herausfordern Wenn du das kannst Kannst du den herausfordern Ein halbes Kilo Aha Hat der einfach weggezogen Das ist viel Und jetzt komme ich immer traurig vom Klo Weil ich mir denke Boah So was machen Menschen Das ist dieselbe Trauer Mit der ich vor diesem Mittelaltermarkt stand So ein richtiges Ach das ist jetzt Euer Ding hier Aber Mittelaltermarkt ist cool Das ist ja eine Leidenschaft Die Wo man Wo man Wo ich Interesse für habe Aber Toll Du bist der Mensch Der am schnellsten Ein halben Kilo Senf gegessen hat Für mich ist es tatsächlich Eine Kategorie Aber ich verstehe das schon sehr gut Da würde ich auch jetzt nicht Denken Ach wow Toll was der Mensch alles leisten kann Sondern Was ist denn Bei dir falsch Dass du das machen musst Und ich habe noch eine kleine Sache gesehen Auf die absurdeste Weise kaputt Und klebt das dann wieder zu Also er hat auf einem Boot Eine Kanonenkugel geschossen Hat es dann wieder zugeklebt Hat sich ins Boot gesetzt Ist dann mit rumgepattet Hat gesagt Kauft meinen Kleber Und es ist großartig Es ist großartiges Marketing Also schaut euch das gerne an Okay Ja Filz Filz Swift Sehr gut Machen wir Hast du sonst noch etwas mitzuteilen An die Bevölkerung da draußen Ich dachte mir So eine Kanone Ja Ist ja jetzt erstmal was Ähm Wo man schlecht drankommt Ja So Und dafür braucht man Kontakte Zum Mittelaltermarkt Just saying Wenn die wenigstens Kanonen hätten Auf dem Mittelaltermarkt Haben die nicht Die haben Pilzpfannen Lederarmbänder Und Humpen Ich finde es auch historisch Einfach inkonsequent umgesetzt Also man kann jetzt nicht sagen Wir machen einen großen Mittelaltermarkt Und geht dann auf eine Toilette Das kann ja nicht sein Also da muss man Ich finde man muss all in gehen Entweder man verzichtet dann auch Auf die Kanalisation Und sagt Wir wollen jetzt dieses Zeitalter leben Und Oder man sagt Nee komm Waff Ist vielleicht eine scheiß Zeit auch gewesen Äh Lass uns mal impfen gehen Und äh Fanny frisch ungarisch essen Aber dann noch Pocken Gegen die Pocken geimpft Das verteilen sie doch auf Mittelaltermärkten Naja Leider ja nicht mal das Oder gegen die Pest Okay Kilian Vom Mittelalter in die Neuzeit Wie stehst du zu Sprachmemos? Oh Gott Matti Also Als die Sprachmemos aufkamen Ich greife kurz zurück Historisch Wir waren ja eben schon beim Mittelalter Als die Sprachmemos aufkamen Hab ich die Politik gefahren Ich hör mir die nicht an Scheiß drauf Wer mir das schickt Ach Ich hör Schreib's mir Oder so wichtig kann's nicht sein Hast du zurückgeschrieben Ey Ich will keinen Podcast hören Nö Ich hab einfach nicht geantwortet Nix Kam keine Reaktion Ach Ich hab die im Raum stehen lassen Und manchmal Hat dann die Person nochmal geschrieben Wegen der Memo Kannst du heute Nachmittag? Und dann hab ich geantwortet Oder es war halt nicht so wichtig Und ich weiß bis heute nicht Was da kam Und das hab ich so lange durchgezogen Bis sich in meinem Freundeskreis rumgesprochen hat Dem müssen wir schreiben Da können wir keine Sprachnachricht schicken Weil ich gesagt habe Entweder du schreibst es mir Du kannst auch die Diktierfunktion benutzen Jedes Handy hat eine Diktierfunktion Aber dann kann ich es eben schnell lesen Und muss mir nicht dieses Quake anhören Schwierig aus einer Position Wenn man einen Podcast macht Egal Trotzdem Absolut Da hab ich keinen Bock drauf Und dann ist irgendwann Kam eine Sprachmemo nach der anderen Und dann hab ich gesagt Hab ich mir eine mal angehört Und dann hab ich gedacht Scheiße Jetzt ist der Der Bann ist gebrochen Der Vorhang ist gefallen Wer war das? Das kann ich nie Das kann ich nie wieder zurücknehmen Das war eine Eine ganz liebe Freundin Und ja Sie hat dann eben Diesen Bann gebrochen Und seitdem Hab ich immer noch die Also wenn in Gruppen Chats Sprachnachrichten kommen Höre ich mir die immer noch nicht an Und Ich antworte aber auch immer mit Text eigentlich Also wenn ich meine Sprachmemo mache Das ist wirklich die absolute Ausnahme Hat sich denn die Sprachmemo gelohnt Die du dann zum allerersten Mal gehört hast? Es war wirklich ein Ein Inhalt Möchte ich sagen Der sich nur schwer In schneller Kurzer Zeit Als Text zusammenfassen ließ Deshalb war es okay Ich hab sie schon verstanden Warum sie das gemacht hat Entzückt war ich trotzdem nicht So und da bin ich Sehr auf deiner Seite Du machst keine Sprachmemos selber Das erschwert natürlich Jetzt dieses Thema Aber ich finde Wenn man Sachen sagt Die nicht in Text zusammenfassbar sind Dann ist eine Memo cool So Thema Zweisekündige Sprachmemos Neunsekündige Sprachmemos Auch 15 sekündige Sprachmemos Sind nicht akzeptabel Das möchte ich hier jetzt mal ein für alle mal formulieren Und als Gambis beim JazzSense auch mal diesen Trend anführen Macht keine 5 sekündigen Sprachmemos Schreibt das Schreibt okay einfach hin Oder so ein Jupsi Dafür brauche ich keine Memo Schreibt es auf Und dann lese ich das Und dann schreibe ich Jupsi zurück Aber doch nicht als 2 sekündige Sprachmemo So und jetzt ist mir was untergekommen Für ja Für ja Oder Bin dabei Ja Das war jetzt das Was sich daran gestört hat An meiner Ausführung Ich dachte du bist Teil dieser Dieser Bewegung Ja ja bin ich auch Bin ich auch Ich bin inhaltlich bei dir Wir sind ja Fahnträger In dieser Bewegung So und jetzt ist mir das Allerschlimmste untergekommen Da wurden nämlich 2 Die 2 schlimmsten Sachen gemischt Die mit Sprachmemos sind Kurze Sprachmemos Haben wir gerade geklärt Absolut Absolutes No-Go Oh darf ich das zweite raten Was bei einer Sprachmemo Überhaupt nicht geht Ja Terminabsprachen Nein Okay Noch schlimmer Aber da müsste ich dir zustimmen Terminabsprachen und Adressen Adressen müssen geschrieben werden Ja Es ist das allerletzte Oder irgendwelche Worte Wo du nicht weißt Wie sie geschrieben werden Die du aber googeln musst Ach Also Wir haben wirklich Jahrhunderte Fortschritt In der Informatik Dass man Wenn eine Adresse geschrieben wird Einfach nur auf die Adresse klicken muss Und sie einem In einer Der zur Verfügung stehenden Map-Apps angezeigt wird Und ihr torpediert das Mit euren verkackten Sprachnachrichten Da kann man ruhig auch mal Das so deutlich sagen Dass das überhaupt nicht geht So Und wer kann sich bitte Eine Postleitzahl merken Wenn sie ihrem Wenn sie per Sprachnachricht Gesagt wurde Furchtbar Geht überhaupt nicht Ich kann mir nicht Meine Hausnummer merken Schreibt die Scheiße Und das gleiche gilt Für Terminabsprachen Dann überlegt man doch mal Wollten wir uns heute 15 Uhr oder 16 Uhr treffen Und dann ist so ein Chat Voller Sprachmemos Und du weißt erstmal Überhaupt gar nicht In welcher Memo steht das Du kannst es nicht suchen Es gibt Du stehst einfach Vor einem Haufen Scheiße Und alleine Diese Zeit herauszufinden Dauert schon von 15 bis 16 Uhr Und dann kannst du es auch Gleich lassen Also das ist wirklich Das ist die Hölle So Ich finde es schön Dass sich der Hass Jetzt hier gerade überträgt Und du bist ja auch eigentlich Der Hassende In diesem Podcast Finde ich gut Dass du die Rolle Wieder übernommen hast Danke Ich werde jetzt Ich werde jetzt nochmal Den zweiten Punkt erläutern Absoluter Fauxpas Menschen die das tun Sollten geächtet werden Sprachmemos Vor anderen Ich bin hier im Raum Absolut Viel Hass Liegt auf der Seite Sprachnachrichten Und an alle Ne Ne, ne, ne Da wurde es falsch verstanden Das stimmt nicht Ne, ne Ich bin großer Fan Von Sprachmemos Also ich bin Ne, ne Verzichtet Verzichtet Nein Dann, sorry Dann bist du kurz Du musst Wir sind jetzt hier Wir müssen jetzt Triell machen Jetzt ist kurz Meine Redezeit Du hast gleich Deine Redezeit Da möchte ich sagen Verzichtet Auf Sprachnachrichten Lasst Das Komplett Sein Ruft an Zur Not Oder schreibt Und Sprachnachrichten Werden einfach Komplett Gemieden Jetzt hast du dir Derzeit Also ich bin ja Verstehe mich nicht falsch Ich bin großer Fan Von Sprachmemos Es gibt einfach Wir sollten Den Regelkatalog Fertigmachen So Der sagt hier Keine Adressen Keine Uhrzeitabsprachen Keine Ab Ab 30 Sekunden Ist eine Sprachmemo Okay So Nicht vor anderen Zack Das Regelwerk steht Ansonsten bin ich großer Fan Von Sprachmemos Und schicke auch gerne Sprachmemos Und da bin ich ja Performer Das ist eigentlich Der kleine Der Podcast Des kleinen Mannes Der Podcast Ist der Podcast Des kleinen Mannes Weil jeder kann Ein Podcast machen Aber die Sprachmemo Ist der kleine Kleine Podcast Des kleinen Mannes So Und Und da performe ich tatsächlich Ich höre mir auch gerne Meine Sprachmemos Nochmal an Weil ich denke Mann Da hast du wirklich Wieder eine packende Story erzählt Du hörst dir deine eigenen Sprachnachrichten an Ja Weil ich nochmal Weil ich nicht weiß Ob ich viel Scheiß Erzählt habe Insofern ist es ganz gut Ja und das alles Wenn man jetzt tippen würde Da könnte man das alles In dem Textfeld Nochmal nachgucken Und müsste die andere Person Gar nicht mit der Scheiße belästigen Von der man schon selbst genervt ist Da kann man sich das nochmal durchgucken Dann sieht man nochmal Ah Das ist jetzt irgendwie unnötig Das lösche ich mal raus Ich habe hier was vergessen Das schreibe ich noch dazu Das sind alles Dinge Wo das Textfeld einem diese editorischen Möglichkeiten gibt Die die Sprachnachricht nicht hat Ja zwei Dinge Ich lese Unlieber Als dass ich Sachen höre Auch Also warum Lesen geht viel schneller Und man kann lesen Überall Wenn eine Sprachnachricht Im Zug Ist einfach ein Pain in the ass Als wenn man keine Kopfhörer Zum Beispiel dabei hat Oder in der Straßenbahn Oder man ist irgendwie In einer lauten Im Geobacht Man kann eine Sprachnachricht Nicht mal eben schnell Unterm Tisch abhören Wie man das in der Schule Gekonnt hat Mit den SMS Die man damals Mit Aldi Talk Hin und her geschickt hat So eine WhatsApp Die liest sich schnell Unterm Tisch Man weiß worum es geht Man kann schnell antworten Getippt Das geht einfach Ein bisschen Ruhiger und sorgloser Und in jeder Situation Und so eine Sprachnachricht Die ist dann einfach scheiße So und da unterscheiden wir uns Auch beide Einfach in der Kommunikation Bei mir geht Kommunikation Über den reinen Inhalt hinaus Kilian Ich bin ja ein Mensch Der einfach Emotionen Rüberbringen will Der einfach mit Menschen Tief verbunden sein will In der Kommunikation Und bei so einer Sprachmimo Merkt man ja die Gefühlsregelung Ob es einem wirklich gut geht Oder ob man auch Wirklich gelacht hat Hier diese Lachsmile Mit den Tränen in den Augen Man hat nicht wirklich gelacht Zu Hause im Bett Und erst recht nicht Mit Tränen in den Augen Das ist doch das Tolle Man kann das alles vorgeben Das ist wie Popmusik Nein Da werden Emotionen vorgegeben Die kann man Man kann ganz schnell Ohne größeren Aufwand Eine soziale Konvention Konventionen befolgen In dem da ein mäßiger Spruch kam Man schickt ein Lachsmaldi Man braucht keine Schauspielerischen Talente Das kann sich Kann man alles schön verschleiern In einer geschriebenen Nachricht So und ich fordere die logische Nächsthöhere Mediale Revolution Videonachrichten Leute Auf gar keinen Fall Das wird sowas von Nein Nein Whatsapp Wenn ihr zuhört Führt das ein Das war's von mir Ciao Also da möchte ich noch mal Ganz kurz sagen Ich bin überhaupt nicht Der Mati lehnt sich schon zurück Er hat gedanklich schon Feierabend Es ist wirklich eine Stinkbombe In den Raum gehen Und rauslaufen Lieber Herr Zuckerberg Wenn Sie das einführen Dann komme ich aber Ganz persönlich Mit diesem Mit dem steinewerfenden Hund Komme ich mal Zur Unternehmenszentrale vorbei Und dann gucken wir mal Wer hier Wo der Hamster Seine Locken hat Diese Scheiße Wird auf keinen Fall eingeführt Wenn ich auch nur Wenn das irgendwann kommt Und ich kriege auch nur Eine Videonachricht Dann kotze ich im Strahl Das ganze Handy voll Und zwar von dir Die mir diese Nachricht geschickt hat So Bussi Baba